Hast du Angst beim Reiten und weißt auch, wo es herkommt, weil du runtergefallen bist, weil dein Pferd mal durchgegangen ist, weil dein Pferd zur Seite gehüpft ist, weil es sich vor irgendwas erschrocken hat und steckt dir das noch in den Knochen? Also wenn du jetzt dran denkst, wieder ausreiten, wieder an dieser Stelle vorbeireiten, merkst du, wie sich was zusammenzieht, wie du schwer atmen kannst, also spürst du es körperlich, dann hast du dieses alte Erlebnis noch nicht verarbeitet. Und es gibt Möglichkeiten, das zu verarbeiten, diese emotionale Last, die mit diesem Erlebnis verbunden ist, zu lösen von der Erinnerung, damit du körperlich frei wirst, damit du emotional frei wirst und in Zukunft in solchen Situationen wieder einfach gelassen reagieren kannst. Ich helfe dir da gerne dabei, Klopfakupressur ist da eine ganz wunderbare Möglichkeit, das zu bearbeiten, melde dich gerne bei mir, ich unterstütze dich gerne. Bis bald, ciao!